Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir dagegen protestieren wollen, dass unsere Häuser verkauft werden, dass mit unseren Häusern spekuliert wird. Wir wollen nicht, dass bei unseren Häusern ein Bieterverfahren stattfindet. Wir möchten, dass die Häuser an städtische Hand gehen. Wir möchten gerne weiterhin hier wohnen bleiben. Wir möchten unseren Hausmeister behalten. Und wir wollen auch, dass uns der Südblock erhalten bleibt. Wir protestieren hier am Kuhdamm gegen Immobilien, Haie und entsprechende Immobilienvertreter. Wenn Eigentum, so wie hier für Bucher genutzt wird, dann dient es nicht der Allgemeinheit, sondern kann und muss enteignet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017